Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren, liebe Zuseher, wir werden mich jetzt beschäftigen mit dem Budgetkapitel Fremdenwesen, da sind die ganzen Asylgeschichten drinnen und das ist ja eine dramatische Situation, die wir im heurigen Jahr erleben in Österreich, Rekordzuwanderung, über 100.000 illegale Asylbegehre aus aller Herren Länder sickern in Österreich ein, überströmen und überfluten unser Land und gefährden somit auch den sozialen Frieden in diesem Land, belasten die Systeme bis an den Rande der Handlungsunfähigkeit. Und wir haben einen Innenminister, der nichts dagegen macht, nämlich absolut gar nichts. Karna hat seit seinem Amtsantritt keinen einzigen illegalen Grenzübertritt in Österreich verhindert. Nein, Kollege Stocker, sparen Sie sich Ihre unqualifizierten, geradezu dümmlichen Zwischenrufe und vergleichen Sie die Asylzahlen in der Amtszeit von Herbert Kickl als Innenminister und unter Karna oder auch unter Nehammer. Also sparen Sie das und verkaufen Sie die Menschen nicht für blöd. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt im Budget für das Jahr 2023 für das Fremdenwesen über eine Milliarde Euro veranschlagt. Das ist absoluter Rekord. So viel war noch nie veranschlagt für das Asylwesen. Und da muss man auch die Wahrheit sagen, das ist ja nur die Kostengeschichte, diese Milliarde, mehr wie eine Milliarde Euro, die im Innenministerium anfällt. Aber die Migrationsbewegung schlägt sich ja nieder auf sämtliche Bereiche, auf das Sozialsystem, auf das Bildungswesen, auf das Gesundheitswesen, das massiv belastet ist, auch durch diese kulturfremden Menschen aus aller Herren Ländern, die hier eigentlich gar nichts verloren haben und die rasch außer Landes gebracht gehören. Meine Damen und Herren, ich habe einen konkreten Antrag auch mit, einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Amesbauer und weiterer Abgeordneter, das Ausreisezentrum findet sich auch, warten Sie ab, ich werde dazu kommen, betreffend 23 Maßnahmen zur Deattraktivierung Österreichs als Zielland für illegale Wirtschaftsmigranten und Scheinasylanten für 2023. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage, die insbesondere folgende Maßnahmen zur Deattraktivierung Österreichs als Zielland für Wirtschaftsflüchtlinge und Scheinasylantenbeinhalte zuzuleiten. Der Entschließungsantrag wurde verteilt, liegt Ihnen auf, ich werde Ihnen in den Grundzügen erläutern. Asylstopp jetzt, sofort, aus, Ende. Österreich hat keinen einzigen Asylantrag einzunehmen, ganz egal, was diese Herrschaften an der Grenze erzählen, denn die meinen das nicht ehrlich mit uns, sonst wären sie auch nicht illegal eingereist. Ermöglichen von Bushbacks, na sofort, ich rede mir den Mund wassig, immer wieder fordern wir das und da muss ich mich sowohl vom Innenminister als auch vom Kollegen Bürstmann immer wieder sagen lassen, wir verstoßen gegen diese Forderungen, gegen das Unionsrecht, gegen die Menschenrechte sogar, einen Verschoß, gegen die Verfassung wird uns vorgeworfen. Ja, Kollegen, na und? Ja und? Ja und? 100.000 Menschen haben gegen die Gesetze verstoßen, als sie unsere Grenzen überquert haben. Wir haben für die Sicherheit der Bürger in Österreich zu sorgen und wenn es internationale Rechtsnormen gibt, die uns bei der Erreichung unserer nationalen Ziele im Wege stehen, dann haben wir diese Rechtsnormen zu beseitigen. Aus, Ende, fertig. Verschärfung des Strafrahmens des Paragraf 114, Fremdenpolizeigerechtsschlepperei. Ihr kennt es ja mit Gust Wöginger reden, der hat ja das auch vor kurzen Eindeutungen in diese Rechte gemacht, nur meint es ja der Gust Wöginger nicht ernst. Weiters, Bestrafung von geschleppten illegalen Migranten als Beteiligte, Paragraf 12 Strafgesetzbuch, im Zusammenhang mit Paragraf 114, Fremdenpolizeigerechtsschlepperei und, und jetzt kommt es, und das ist besonders wichtig, Behandlung aller Beteiligten als Täter im Sinne des Paragraf 12 Strafgesetzbuch. Somit soll auch der Geschleppte, der wahre Nutzen dieser der Schleppung, genauso bestraft werden wie der Schlepper, also auch der Geschleppte ist ein Täter nach unserem Konzept. Einführung eines Delikts des Asylbetrugs, dass wir die Menschen so schnell wie möglich wieder loswerden, dass jeder Asylbetrüger, der uns belügt, der falsche Angaben macht, auch als Straftäter behandelt wird. Sofortiger Abbruch der Asylverfahren von straffälligen Asylwerbern bei jeder Form einer Straftat, Schaffung einer interkontinentalen Fluchtalternative Asyl, Wiedereinführung von Ausreisezentren, Herr Kollege Stocker, das haben Sie ja vorher angesprochen, natürlich, das ist Symbolpolitik, aber in der Asylpolitik ist Symbolpolitik wichtig. Wir müssen diesen Ländern, diesen Menschen aus aller Herren Ländern sagen, ihr habt keine Chance bei uns, wir schicken euch wieder zurück. Restriktive Handhabung der sogenannten Familienzusammenführungen, auch da müssen wir was tun. Keine Familienzusammenführung mehr bei unbegleiteten Minderjährungen, sogenannten Ankerkindern, sowie für subsidiär Schutzberechtigte. Jährliche Überprüfung der Aktualität der Fluchtgründe von Asylberechtigten. BFA, wir wissen, das passiert überhaupt nichts. Übernahme des dänischen Modells Asylzentren, in denen die Asylwerber die Bearbeitung ihrer Asylanträge abzuwarten haben, in Drittländern, in Afrika zu richten. Kana war in Dänemark, Nehammer war in Dänemark, Sie haben alle gesagt, das ist gut, das wollen Sie auch, niemand hat was gemacht. Jetzt komme ich zu den neuen Punkten unseres Antrages. Wir haben ja das schon mehrmals eingebracht. Wir wollen eine Schaffung eines Dashboards, illegale Einwanderung, wo wir tatsächlich tagesaktuell die Zahlen wissen, so wie das auch bei Corona möglich war. Nur wäre es im Vergleich zu Corona hoch angebracht und hoch angezeigt, wenn die Zahlen auch stimmen, die hier veröffentlicht werden, Durchführung einer Volksbefragung über den Kampf gegen die illegale Einwanderung und den Asylmissbrauch, sowie für einen Asylstopp, echten Grenzschutz und kompromisslose Abschiebungen, wenn das Volk dem zustimmt, dann hat sich die Frage auch mit den internationalen Konventionen erledigt. Schaffung von Transparenz und Kostenwahrheit über die fiskalische Wirkung, wir reden ja über das Budget der Zuwanderung nach Österreich und die sich daraus ergebenden Belastungen quer doch alle Ressorts, wie zum Beispiel für das Sozialsystem, Gesundheitssystem oder Bildungssystem. Was haben die illegalen Wirtschaftsmigranten, die österreichischen Steuerzahler bisher gekostet und was werden sie noch kosten? Wäre schön, das einmal überhaupt zu wissen, die Gesamtkosten des Asylwahnsinns. Die Kostenwahrheit muss im Zuge des Bundesrechnungsabschlusses detailliert vorgelegt werden. Meine Damen und Herren, vor allem die Damen und Herren der ÖVP, wenn Sie es mit der Asylpolitik, mit der angeblich so restriktiven, die Sie so folgen, ernst nehmen, haben Sie gleich keine andere Möglichkeit, als diesem Antrag ewig zuzustimmen. Besonders vom August Wöginger setze ich das voraus.